In der heutigen Lektion 272 wirst du gefragt, werden wir gefragt, wie können Illusionen Gottes Sohn befriedigen? Wie können Illusionen dich befriedigen, wo sie doch immer und wirklich immer nur Leid bringen? Und ohne Ausnahme erfahren wir durch Illusionen Leid. Und wir hegen leise Hoffnungen, dass uns hier irgendetwas zufriedenstellen wird. Irgendetwas, sei es Sexualität, sei es Geld, sei es irgendwelche Beziehungen, sei es irgendein Neuerwerb, irgendetwas, das wir uns leisten können oder das wir einkaufen. Es sind alles Götzen, von denen wir hoffen, dass sie uns zufriedenstellen würden. Und wir alle kommen irgendwann an den Punkt, uns zu fragen, ehrlich zu fragen, stellt mich all das zufrieden, von dem ich geglaubt habe, dass es mir Glück bringen wird? Ich habe für mich festgestellt, dass nichts davon irgendetwas bringt, tatsächlich gar nichts. Irgendetwas fehlt immer, egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Sexualität du lebst, irgendetwas fehlt immer. Jedoch das Ego lockt uns weiterhin, um einen Ersatz für den Himmel zu finden. Und diese Ersatzmittel, die werden eben Götzen genannt in diesem Kurs in Wundern. Und sie basieren auf unserem naiven Glauben, dass uns etwas fehlt, die durch die Ersatzmittel gefunden werden können. Wir streben nach diesen Götzen, weil wir glauben, dass sie unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse und unsere Mängel, die wir erleben, erfüllen. Und das sind verzerrte Wahrnehmungen. Und solange wir an den verzerrten Wahrnehmungen festhalten, können wir niemals zufrieden sein. Frage dich mal selbst, hat mich irgendetwas auf dieser Welt wirklich, wirklich, wirklich glücklich gemacht? Wie gesagt, wenn du ganz ehrlich bist, wirst du feststellen, nein, letztendlich hat es mir nur Leid gebracht. Verzerrte Wunderimpulse bringen nur Leid hervor. Und die verzerrten Wunderimpulse können nur deshalb, wir können sie nur deshalb suchen, weil wir glauben, wir sind dieser Körper. Sexualität ist ein sehr starker, verzerrter Wunderimpuls, bei denen es eine Anziehungskraft gibt, um sich zu verbinden. Und der Glaube, dass diese Verbindung durch den Körper erreicht werden kann. Wir suchen also ständig nach Verbindung und wir glauben, dass diese Verbindung, nach der wir suchen, nach der wir uns so sehr sehnen, durch Sexualität erreicht werden kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sexualität oder Nahrung oder all das, wonach wir streben, etwas Schlechtes ist. Aber hinter dem sexuellen Verlangen zum Beispiel steht das, was wir wirklich wollen, nämlich wahre Verbindung und wiedererinnern, das Wiedererinnern des Einsseins finden. Obwohl Sexualität zum Beispiel für Egozwecke geschaffen wurde, kann er wie alles, was mit dem Ego zu tun hat, vom Heiligen Geist für einen heiligen Zweck genutzt werden. Und es geht also immer um den Zweck. Wir verstehen nicht, was Liebe ist, da wir Romantik, Besonderheit und sexuelle Anziehung oft verwechseln und mit Liebe gleichsetzen. Und solange wir auf diese Art und Weise noch in die Welt schauen oder zum Beispiel Sexualität praktizieren, wird uns die Sexualität niemals zufriedenstellen. Für ein paar Augenblicke ja. Vergebung führt uns in eine heilige Sexualität. Das bedeutet, wir werden nach und nach all das aufgeben, was wir in Sexualität, was wir hofften zu finden, um uns in einer heiligen Vereinigung begegnen zu können. Und auch das fühlt sich oftmals nicht gemütlich an, wenn wir uns in solchen Phasen befinden, weil wir plötzlich nicht mehr wissen, was geht denn ab mit diesem Körper, was geht denn ab mit dieser Anziehungskraft, in der wir uns befunden haben. Was geht denn ab mit dieser Welt, wenn wir plötzlich die Bedürfnisse, von denen wir dachten, sie würden uns glücklich machen oder befriedigen, nicht mehr erfüllt haben müssen. Und dann versucht das Ego uns natürlich immer wieder diesen alten, vergangenen, destruktiven Routinen, uns in diesen Routinen immer wieder zu verführen und uns glauben machen, dass da doch noch etwas ist, was uns glücklich machen kann. Und irgendwann, zu irgendeiner Zeit, jeder zu seiner Zeit wird an den Punkt kommen, dass da eben nichts ist. Und deshalb diese wunderbare Frage heute, wie können Illusionen dich befriedigen, dich großgeschrieben. Das kleine Selbst wird natürlich genügend Möglichkeiten finden, dir oder mir zu erklären, dass da etwas ist, was dich glücklich macht. Da ist nichts. Es kann für jemanden, der das jetzt hört und vielleicht mit diesem Kurs im Wunder noch nicht so bewandert ist, kann sich das schrecklich anhören. Was? Ich muss alles aufgeben? Nein, du musst nichts aufgeben. Du bist eingeladen, hinzuschauen, anzuerkennen, dass es dich nicht glücklich macht. Um dann dein Leiden zu beenden in der Suche nach Glück. Und du kommst natürlich auf der Suche nach Glück immer wieder in Situationen, die dich triggern, die dich verletzen, weil du eben in Götzen nach Befriedigung gesucht hast. Und hier sei dir gesagt, all die Gefühle, sie zeigen sich, weil du bereit bist, dass sie, dass diese sich in dir heilen. Jeder Schmerz, der sich zeigt, kann sich nur deshalb zeigen, weil du bereit bist, dass er sich in dir heilt. jedes Leiden, jede Sorge, jedes Problem, jede, alles, was sich auf dieser Welt zeigt, kann sich nur deshalb zeigen, weil du bereit bist. Aber wenn wir Widerstand leisten, dann wird sich dieses, was wir nicht wollen, ständig wiederholen. Und deshalb sind wir ja eingeladen, all die Dinge willkommen zu heißen. Alles willkommen zu heißen. Damit es sich nicht mehr wiederholt. Willkommen heißen bedeutet, ich lasse alle Dinge so sein, wie sie sind. Ich leiste keinen Widerstand mehr. In meiner Wehrlosigkeit ist meine Sicherheit. Ich heiße dich willkommen, weil du, weil dieses jetzt in mir geheilt werden will. Und dann können wir uns auf die Dinge freuen, die da kommen. Und wir schauen nicht mehr angstverzerrt auf das Leben. Oje, was kommt jetzt als nächstes? Alles, was als nächstes kommt, kommt nur deshalb. Und diese Sicht müssen wir einnehmen. Es kommt nur deshalb, weil es nach Hause möchte, weil es sich in unserem Geist heilen möchte. Alle Bilder wollen sich in unserem Geist heilen. Und das ist ein Schlüssel, den wir wirklich verwenden sollten, sodass wir unseren Widerstandsmodus endlich aufgeben. Und dass wir erkennen, dass wir, damit wir erkennen, dass das Leiden, dass wir uns das Leiden selbst zufügen. Ja, man kann sogar sagen, Leiden ist freiwillig. Denn wir treffen die Wahl. Und wir können jedes Mal unsere Wahl verändern. Es gibt wohl Schmerzen in dieser Welt, aber Leiden, das ist eine Wahl, die wir auch beenden können. Es gibt wohl Geschehnisse, die absolut abgefahren sind und mit denen wir nicht zurechtkommen. Aber das Leiden, das wir damit verknüpfen, das ist die freie Wahl. Denn jedes Leiden kommt letztendlich nur von einem einzigen Impuls heraus. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Und deshalb entsteht Leiden. Wenn wir alles empfangen, wenn wir allem gegenüber offen sind, wenn wir nichts mehr verändern beziehungsweise aufhalten wollen, dann kann kein Leiden entstehen. Wo soll dann noch Leiden sein? Bekommst du ein Gefühl hierfür, was hierfür hierdurch gesagt wird? Noch einmal, Leiden ist freiwillig. Wir treffen eine Wahl für Leiden. Ja, das hört sich nicht bequem an. Ich kenne das sehr genau. Und ich kenne noch die Phasen, wo ich die Welt dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich leide. Jeder war schuld. Jeder war irgendwie schuldig, warum ich leide. Und ich hatte nicht erkannt, was ich mir selbst antue. Kennst du das? Vermutlich schon. Also habe ich die Wahl damals getroffen, bis ich endlich vernünftig wurde und bereit war, eine andere Wahl zu treffen, bis ich erkannt hatte, hey, ich wähle das ja alles. Und warum wähle ich das? Zum einen, um mich wieder als diesen begrenzten Körper zu erfahren, weil ich einem Lügner in meinem Geist geglaubt habe, dem Ego. Und ich habe erkannt für mich, warum ich überhaupt leiden kann. Einfach durch die Feststellung beziehungsweise durch die Idee in mir, ich mag das nicht, was hier erscheint. Finde das selbst für dich heraus. Finde das für dich heraus und du wirst beginnen, durch Selbstreflexion und Selbsterforschung all dein Leiden zu beenden. Dann werden die Götzen dich nicht mehr glücklich machen, dann wird die Verführung der Götzen immer mehr und mehr aus deinem Geist schwinden. Und dann wirst du durch die Praxis der Vergebung endlich den Frieden finden, den du suchst. Wie gesagt, ich kenne das alles, wovon hier gesprochen wird. Und ich kenne den Ausweg. Und ich kenne die Freuden des Ausweges. Denn jedes Mal, wenn wir wenn wir einen Götzen beziehungsweise wenn wir etwas aufgeben, von dem wir dachten, dass es in der Welt, dass es uns glücklich machen könnte, das ist eine enorme Befreiung. Jedes Mal, wenn ich eine Überzeugung aufgebe, werden hunderte unerlöste Gedanken damit transzendiert. Und jedes Mal, wenn du in dir feststellst, ich mag das nicht, heiße es willkommen. Egal, um was es sich dreht. Wirklich egal, um was es sich dreht. Heiße es willkommen. Und jedes Mal, wenn du denkst, ich brauche jetzt dieses, ich muss jetzt jenes haben, ich brauche eine besondere Sexualität oder überhaupt eine Sexualität, frage dich immer zuerst, welchem Zweck dient es? Warum möchte ich dieses so dringend haben? dient es zur weiteren Trennung oder zur heiligen Verbindung? Und auch hier ist natürlich wieder Ehrlichkeit sehr hilfreich. Das Ego sagt uns schnell, ja, das dreht sich doch jetzt um die heilige Verbindung, das ist doch ganz klar. und bemerke auch hier, das Ego spricht immer zuerst. Immer. Es ruft, es möchte sich sofort melden, um eines sicherzustellen, dass Trennung erhalten bleibt. Das Ego sagt dir in jeder Situation, warum das jetzt gut für dich sein könnte. Und je mehr wir uns in der Praxis der Vergebung hingeben, desto leichter erschwinden all die verrückten Gedanken, von denen wir glaubten, dass sie uns irgendetwas geben könnten. Und auf diese Art und Weise beenden wir tatsächlich unser Leiden. Was ist der Christus? In Abschnitt 3 wird uns gesagt, als Heim des Heiligen Geistes und in Gott allein zu Haus bleibt Christus in Frieden im Himmel deines Heiligen Geistes. Das ist der einzige Teil von dir, der in Wahrheit Wirklichkeit besitzt. Der Rest sind Träume. Doch werden diese Träume Christus übergeben werden, um von seiner Herrlichkeit zu verblassen und dir endlich dein Heiliges Selbst den Christus zu offenbaren. Und warum sollen wir uns noch mit Träumen beschäftigen? Warum sollen unsere, warum sollen Träume immer noch im Vordergrund stehen? Wir kümmern uns ständig um die Wellen auf dem Ozean, die ganz aufgeregt im Sturm hin und her geblasen werden und wir glauben, dass diese Wellen, dass wir da sind, anstatt uns auf die Tiefe einzulassen. Auf die Tiefe, die wir sind. Jedes Mal, wenn du irgendjemandem begegnest, bist du eingeladen, dich an dein Heiliges Selbst zu erinnern. Du wirst bemerken, dass dich dadurch das Energieniveau, so möchte man sagen, beziehungsweise das Licht dieser Begegnung erhöht. Das ist in etwa so, wenn die Ozeane steigen, wenn die Ozeane ansteigen, wird jedes Schiff mit emporgehoben. Und du kannst dir vorstellen, jedes Lebewesen ist ein Schiff und du bist der Ozean. Und wenn du beginnst, dich anzuheben im Geist als das Heilige Selbst, das du bist, vollkommen und ganz, wirst du die ganze Welt mit erheben. Ja, so machtvoll sind wir. Ja, so machtvoll bist du als eins mit der Schöpfung. Und wir haben uns degradiert zur Machtlosigkeit. Wir erhoffen uns, dass wir von der Kleinheit noch irgendwie profitieren können. Halte dir dieses Bild ständig vor Augen. Wenn du als der Ozean dich erhebst, in deiner Warengröße werden alle Schiffe nach oben gehoben. Und somit die ganze Welt. Und uns wurde ja schon in frühen Lektionen gesagt, wir sind für die Erlösung der Welt hierher gekommen. Aber das machen wir natürlich nicht, indem wir uns noch weiterhin in Kleinheit verstecken und in irgendwelchen kleinen Befriedigungen glauben, irgendeine Verbindung herstellen zu können. Die Macht der Entscheidung ist dein. Und solange wir uns nicht entscheiden, solange glauben wir, dass diese Welt, dass diese Traumwelt wahr ist und uns noch irgendetwas geben könnte. Früher oder später wirst du sowieso von all den Dingen nichts mehr wissen wollen. Wir können ja heute damit beginnen. Früher oder später wirst du bemerken, dass deine Art und Weise, Sexualität zu praktizieren, geleitet durch tierische Instinkte, dir nichts gibt als weiteres Leid. hinter jeder Lust steht das Leid und der Schmerz. Und deshalb wurde gesagt, jedes Leid ist freiwillig gewählt. Aber solange wir nicht wissen, was wir uns antun, solange werden wir uns weiteren Schmerz und weiteres Leid zufügen. Unbewusst. Und heute hast du eine erneute Möglichkeit, dies in deinem Geist zu klären. Das bedeutet, alles anzuschauen, wovon du dachtest, dass es dich befriedigen würde. Um endlich der Ozean zu sein, der alle Schiffe emporhebt. der die ganze Welt emporhebt. Glaube nicht mehr die Geschichte, dass du nichts tun kannst. Ich habe das lange Zeit gehört und ich habe lange Zeit daran geglaubt und das Ego möchte auch, dass du daran glaubst, dass man eh nichts tun kann. Doch du kannst etwas tun. folge Jesus nach, Jesus dem Christus. Du wirst größere Werke vollbringen als er. Und er wird dich lehren, er wird dich leiten und er wird dir zeigen, wie all das vonstatten geht, was hier formuliert wurde. Und du bist aufgrund deines Charakters, und deiner Lebenssituation, in der du dich jetzt befindest, genau an dem Ort, an dem du sein sollst, um dich zu befreien, von all den Götzen, von all den Ideen, von all dem, was dich klein hält. Und wie beginnen wir? Mit Vergebung. Und wann ist der beste Zeitpunkt? Jetzt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Und es gibt keine bessere Situation, als diese, in der du dich jetzt befindest, um zu erwachen, um zu erblühen, um die Welt anzuheben, mit allen Lebewesen. Ausnahmslos allen Lebewesen. Und deshalb beginne du, der Welt eine Antwort zu geben, die nicht aus dem kleinen Selbst kommt, sondern von der Liebe, von der allumfassenden Liebe, die du nur sein kannst, die du nur widerspiegeln kannst, in diese Welt hinein. Sei du ein Spiegel der Liebe und nicht mehr der Hoffnungslosigkeit, in die sich diese Welt verloren hat. Fühle es. Fühle es tief in deinem Herzen. Danke. Hübbing 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 A Hübbing 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020